Ambatta-Sutta Die Unterredung des Buddha mit dem jungen Brahmanen Ambatta In diesem Text begegnen wir einer alten mythologischen Vorstellung, den 32 Körpermerkmalen einer großen Persönlichkeit. Wer diese Merkmale trägt, wird entweder ein Chakravati, also ein weltbeherrschender König, oder er erlangt, wenn er das weltliche Dasein aufgibt und Asket wird, die Erleuchtung und wird zum Buddha. Ein solcher Welterleuchter wird auch als Tathagata bezeichnet, als einer, der den Weg gegangen ist, nämlich den Weg zum Nirvana, und der diesen Weg der Menschheit verkündet. In dieser Lehrrede ist auch eine ausführliche Beschreibung der Meditationsmethode der Jhanas, der Versenkungen enthalten, und der aus ihrer Verwirklichung hervorgehenden übernatürlichen Fähigkeiten, sowie eine Kritik an der vedisch-brahmanischen Religionstradition, die im heutigen Hinduismus weiterlebt. So habe ich Berichten hören. Einst gelangte der Erhabene, als er mit einer großen Biku schar, es waren 500 Bikus, durch das Land der Kosala wanderte, zu einem Brahmanendorf im Kosala-Lande, das hieß Ichanankala. Dort blieb er, im Walde von Ichanankala. Damals wohnte der Brahmane Pokharasati in Ukata, einem Orte, reich an Einwohnern und Vieh, an Weiden, Holz, Wasser und Getreide. Dieser Ort war königliche Domäne, aber aus königlicher Gnade vom Kosala-König Passenadi als unwiderrufliche Schenkung ihm übertragen. Dieser Brahmane Pokharasati hörte, ein Samana-Gothama aus dem Hause der Sakyas hat das Leben in seiner Familie mit dem Asketenstande vertauscht. Der ist auf seiner Wanderung durch das Kosala-Land mit einer großen Biku-Schar, es sollen 500 Bikus sein, nach Ichanankala gekommen und hält sich dort im Walde in Ichanankala auf. Über diesen Herrn Gotama ergeht man sich überall in glänzenden Ruhmesworten dieser Art. Wahrlich, er ist der Erhabene, der Vollendete, vollkommen Erleuchtete, kundig des rechten Wissens und des rechten Weges, der Pfadvollender, der Welterkenner, der unvergleichliche Menschenerzieher, der Lehrer von Göttern und Menschen, der erhabene Buddha. Der offenbart das Wesen dieser Welt samt der der Götter, Maras und Brachmagötter, das Wesen der Kreaturen, einschließlich der Samanas, Brachmanen, Götter und Menschen, nachdem er es selbst erkannt und durchschaut hat. Er predigt die Lehre, die schön am Anfang, schön in der Mitte und schön am Ende ist, voll Bedeutung und voll Sorgfalt in der äußeren Form, die lückenlos vollständige, reine, heilige Lebensführung verkündet er. Der bloße Blick eines solchen Vollendeten ist schon etwas Schönes. Nun hatte der Brahmane Pokharasati zum Schüler damals gerade einen Jüngling aus dem Geschlechte der Ambata, der den Studien ergeben, in den vedischen Versen und Sprüchen beschlagen und mit dem Studium der synonymischen Wortverzeichnisse und der philologischen Technik und der Legendenwerke schon fertig, in der Grammatik bewandert und in der logisch beweisenden Natur- und Welterklärung und der Lehre von den charakteristischen Körpermerkmalen der Großen lückenlos beschlagen war und dem der Lehrer selbst mit den Worten »Du weißt ebenso viel wie ich, ich weiß nichts weiter als du«, das Zeugnis der vollkommenen Vertrautheit mit seiner eigenen drei Veden Lehre ausstellte. Da sprach der Brahmane Pokharasati zum jungen Ambata, »Bitte, lieber Ambata, geh hin zum Samana Gotama und sieh ihn dir daraufhin an, ob es mit ihm in der Tat sich so verhält, wie die Mär von ihm berichtet oder nicht, ob er wirklich so einzigartig ist oder nicht. Danach will ich mich dann in meinem Urteil über den Herrn Gotama richten. Aber wie soll ich denn richtig beurteilen, ob es mit dem Herrn Gotama in der Tat sich so verhält, wie die Mär von ihm berichtet oder nicht, ob er wirklich ein so großer Mann ist oder nicht? »Lieber Ambata, es sind uns aus den überlieferten Versen 32 Körpermerkmale eines Großen bekannt. Dem Großen, der diese besitzt, stehen zwei Schicksalswege offen und keiner sonst. Wenn er im weltlichen Leben bleibt, wird er ein weltherrschender König werden, ein gerechter König des Rechtes, der bis an die vier Enden der Welt gebietet, ein siegreicher Eroberer, der in seinem Lande gesicherte Zustände schafft und der die sieben Kostbarkeiten besitzt. Dies sind seine sieben Kostbarkeiten. Das Rad, der weiße Staatselefant, das Staatsross, das Juwel, das Weib, der Hausmeier und als siebente der Feldmarschall. Mehr als tausend heldenhafte Söhne, Hühnen von Gestalt, werden ihm zuteil, die die feindlichen Heere zerschmettern. Er beherrscht diese ganze Erde bis an den Ozean, der sie umgibt und ohne Schwertstreich, nur durch Gerechtigkeit. Wenn er aber dem Leben im Hause entsagt und als Asket in die Heimlosigkeit geht, so wird er ein vollendeter, vollkommen erleuchteter werden, dessen Auge unverschleiert das Wesen der Welt durchschaut. »Ambata, ich habe dich diese Verse ja gelehrt und du lerntest sie von mir.« »Ja, Herr«, erwiderte willig der junge Ambata dem Brahmanen Pokharasati, stand von seinem Sitze auf, grüßte ihn ehrerbietig, ging nach rechts um ihn herum, bestieg einen mit Stuten bespannten Wagen und fuhr mit einer Schar junger Burschen zum Ichanankala-Walde. Soweit der Weg fahrbar war, benutzte er den Wagen, dann stieg er ab und ging zu Fuß auf das Asketenheim zu. Es erging sich gerade eine Anzahl Bikus im Freien. Da trat der junge Ambata zu ihnen und fragte sie, »Verehrte, wo mag sich der Herr Gothammer jetzt aufhalten? Wir kommen ihn zu besuchen.« Da dachten die Bikus bei sich, »Dieser junge Ambata stammt aus angesehener Familie und ist ein Schüler des berühmten Brahmanen Pokharasati. Mit so feinen jungen Herren sich zu unterhalten, wird dem Erhabenen nicht unangenehm sein.« Und sie sprachen zum jungen Ambata, »Ambata, dort ist seine Wohnung. Die Tür ist aber verschlossen. Geh also, ohne Geräusch zu machen, mit behutsamen Schritten auf die Veranda, räuspere dich und schlage gegen den Türriegel. Dann wird der Erhabene dir aufmachen.« Da ging der junge Ambata geräuschlos auf die verschlossene Tür der Wohnung zu, betrat behutsam die Schritte setzend die Veranda, räusperte sich und klopfte an den Türriegel. Der Erhabene öffnete die Tür und der junge Ambata trat ein. Der junge Brahmane lässt es zunächst an der notwendigen Ehrerbietung gegenüber dem Asketen Gautama fehlen, dessen edle Herkunft er nicht kennt. Buddha seinerseits weist ihm nach, dass Ambatas Familie bei weitem niedriger gestellt ist als seine eigene. Nach dieser Zurechtweisung beginnt nun der eigentliche Dialog über den Weg zur Erkenntnis. Verehrter Gautama, worin besteht der Weg und das Wissen? Ambata. Was das anbetrifft, so muss zunächst einmal in der Welt ein Tathagata erstehen, ein vollendeter, vollkommen erleuchteter, kundig des rechten Wissens und des rechten Weges, ein Pfadvollender, ein Welterkenner, ein unvergleichlicher Menschenerzieher, ein Lehrer von Göttern und Menschen, ein erhabener Buddha. Der offenbart das Wesen dieser Welt samt der Götter, Maras und Brahma-Götter, das Wesen der Kreaturen, der Samanas, Brahmanen, Götter und Menschen, nachdem er es selbst erkannt und durchschaut hat. Er predigt die Lehre, die schön ist am Anfang, schön ist in der Mitte und schön am Ende ist, voll Bedeutung und Sorgfalt in der äußeren Form, den lückenlos vollständigen, reinen, heiligen Wandel predigt er. Diese Predigt hört zum Beispiel ein gewöhnlicher Bürger. Der gelangt, nachdem er die Predigt gehört hat, zum Glauben an den Tathagata. Im Besitz dieses Glaubens erwägt er so. Eine drangvolle Enge ist das Leben im Hause, ein Tummelplatz der Leidenschaften, Weltflucht ist Freiheit. Für jemand, der das Hausleben führt, ist es nicht leicht, den ganz vollkommenen, ganz reinen, perlmuttergleichen, heiligen Wandel zu führen. Wohl an, ich will mir Haar und Bart abnehmen lassen, gelbrote Gewänder antun und aus dem Heim in die Heimlosigkeit gehen. Und er lässt dann wirklich seinen kleineren oder größeren Besitz, seinen kleineren oder größeren Verwandtenkreis im Stich, lässt sich Haar und Bart abnehmen, legt gelbrote Gewänder an und geht aus dem Heim in die Heimlosigkeit. In diesem Stande lebt er dahin in Zucht gehalten, durch die Schranken der Patimokka-Vorschriften. Guter Führung befleißigt er sich, auch in kleinen Verfehlungen sieht er eine Gefahr. Die Gebote hat er auf sich genommen und müht sich, ihnen nachzuleben. Er lebt einwandfrei in Werken und Worten, untadelig ist die Art, wie er sein Leben fristet. Er befolgt die Regeln der sittlichen Zucht, sorgsam hält er Wache am Tore seiner Sinne, er handelt in besonnener Vollbewusstheit, er ist voll Zufriedenheit. Und Ambatta, worin besteht die sittliche Zuflucht des Biko? Darin besteht eines Mönchs sittliche Zucht. Er enthält sich der Verletzung lebender Wesen, er hat ihr entsagt, er rührt weder Stock noch Waffe an, er lebt anspruchslos, mitleidsvoll, nur von der Sorge um aller Kreaturen Wohlsein bewegt dahin. Das ist ein Teil seiner sittlichen Zucht. Er vermeidet und verabscheut, etwas zu nehmen, was ihm nicht gegeben ist, er nimmt und begehrt nur, was ihm gegeben wird und ist frei von Diebsgelüsten und ehrlichen Herzens. Auch das ist ein Teil seiner sittlichen Zucht. Er meidet Unkeuschheit und führt einen reinen Wandel, lebt in Entsagung und verabscheut die Geschlechtslust, der der gewöhnliche Haufe ergeben ist. Er meidet und verabscheut die Lüge, redet die Wahrheit, ist der Wahrheit stetig ergeben, zuverlässig und vertrauenswürdig, truglos gegen die Menschen. Er meidet und verabscheut die Verleumdung, wenn er hier etwas gehört hat, hinterbringt er es nicht dort und wenn er dort etwas gehört, nicht hier, so dass er keinen Unfrieden stiftet. Und wenn welche durch solche Zwischenträgerei verfeindet sind, so ist er ihr Einiger und den freundschaftlich Verbundenen ist er ein Einigkeitsförderer. Er meidet und verabscheut grobe Worte, gute, angenehm klingende, liebevolle, zu Herzen gehende, höfliche, vielen erfreuliche, vielen angenehme Worte redet er. Er meidet und verabscheut leeres Geschwätz. Er redet nur zur rechten Zeit, er redet nur, was wahr ist, was zum Heile dient. Er spricht über die Lehre, die Regeln der inneren Schulung. Er würzt mit Gleichnissen seine gemessene und inhaltsreiche Lehre. Er meidet und verabscheut es, Keime und Pflanzen irgendwelcher Art zu zerstören. Er isst nur einmal am Tage, abends fastet er. Er meidet den zerstreuenden Anblick von Tanz, Gesang und Musikaufführungen. Er verschmäht Blumenschmuck und die Verwendung von Wohlgerüchen und Salben zu kosmetischen Zwecken. Er meidet hohe und luxuriöse Lagerstätten. Er weigert sich, Gold oder Silber, rohes Getreide, rohes Fleisch, Sklaven oder Sklaven, Ziegen oder Schafe und so weiter anzunehmen. Er lässt sich nicht ein auf berufsmäßige Botengänge. Mit Kauf oder Verkauf will er nicht zu tun haben. Er verabscheut jeden Betrug und unehrliche Praktiken, Bestechung und anderes Übles tun wie Freiheitsberaubung und so weiter. Ambatta. Ein Biku mit solcher sittlichen Zucht sieht auf keiner Seite Gefahr, was Gefahren anbetrifft, die mit der sittlichen Zucht etwas zu tun haben. Gerade wie ein König aus adligem Geschlecht, der der Salbung teilhaftig geworden ist und seine Gegner niedergeworfen hat, auf keiner Seite mehr Gefahr sieht, was Gefahren anbetrifft, die von Gegnern kommen, so sieht auch ein Biku mit solcher sittlichen Zucht auf keiner Seite Gefahr, was Gefahren anbetrifft, die mit der sittlichen Zucht etwas zu tun haben. Und ausgestattet mit diesem hohen Schatze sittlicher Zucht empfindet er in seinem Inneren ein fleckenloses Glück. Darin besteht das Biku sittliche Zucht. Und Ambatta. Worin besteht die Wachsamkeit des Biku am Tore der Sinne? Darin, daß ein Biku, wenn er mit dem Auge eine Gestalt erblickt, weder diesen Sinnesreiz im Ganzen beachtet, noch dessen Drum und Dran. Er geht vielmehr darauf aus, demjenigen Schranken zu ziehen, vermöge dessen die Übel Verlangen und Kümmernis über einen kommen, der nicht sich wachsam gegen den Gesichtssinn verhält. Er ist auf seiner Hut gegenüber dem Gesichtssinn. Er richtet sein Streben darauf, dem Gesichtssinn gegenüber sich mit einer Schranke zu umgeben. Wenn er mit dem Ohre einen Ton hört, wenn er mit der Nase einen Geruch riecht, wenn er mit der Zunge einen Geschmack kostet, wenn er mit dem Körper eine Berührung empfindet, wenn er mit dem Verstande einen Begriff bildet, so beachtet ein solcher Mönch weder die betreffenden Sinnesreize im Ganzen, noch ihr Drum und Dran. Er geht vielmehr darauf aus, demjenigen Schranken zu ziehen, vermöge dessen die Übel Verlangen und Kümmernis über einen kommen, der sich nicht wachsam gegen das Ohr, die Nase, die Zunge, den Körper und den Verstand verhält. Er ist auf seiner Hut gegenüber diesen Sinnesorganen, er richtet sein Streben darauf, diesen Sinnesorganen gegenüber sich mit einer Schranke zu umgeben. Und ausgerüstet mit dieser Wachsamkeit gegen die Sinne, die nicht Sache der breiten Menge ist, empfindet er in seinem Inneren ein nicht durch Zerfahrenheit gefährdetes Glück. Darin, Ambata, besteht die Wachsamkeit des Bikku am Tore der Sinne. Und worin, Ambata, besteht die besonnene Vollbewusstheit des Bikku? Darin, dass der Bikku vollbewusst handelt, wenn er wohin geht und wenn er zurückkehrt, wenn er gerade ausblickt und wenn er umherblickt, wenn er Arme oder Füße beugt und wenn er sie ausstreckt, wenn er seine Tunika, sein Obergewand und sein Almosengefäß trägt, wenn er isst, trinkt, kaut oder kostet, seine Notdurft in der einen oder der anderen Form verrichtet, geht, steht, sitzt, schläft, wacht, spricht oder schweigt. Darin besteht die besonnene Vollbewusstheit des Bikku. Und worin, Ambata, besteht die Zufriedenheit eines Bikku? Darin, dass er nichts weiter verlangt als ein Gewand, das seinen Körper schützt und Almosenspeise, die seinen Leib erhält, wohin er auch geht, überall nimmt er sein Habe mit sich. Wie ein beschwingter Vogel, wohin er auch fliegt, auf dem Fluge seine ganze Federmasse mit sich trägt, gerade so steht es mit dem Zufriedenen Bikku. Er verlangt nichts weiter als ein Gewand, das seinen Körper schützt und Almosenspeise, die seinen Leib erhält, wohin er auch geht, überall nimmt er seine Habe mit sich. Darin besteht die Zufriedenheit eines Bikku. Ausgerüstet mit jenen bei Alltagsmenschen nicht zu findenden Dingen, dem Schatz der sittlichen Zucht, der Wachsamkeit gegen die Sinne, der besonnenen Vollbewusstheit und der Zufriedenheit sucht er eine weltentrückte Wohnstätte auf, die Einöde, den Raum unter den Luftwurzeln eines Baumes, einen Berg, eine Schlucht, eine Felsenhöhle, einen Bestattungsplatz, ödes Waldgestrüpp, eine Stelle unter freiem Himmel oder einen Strohhaufen. Dort setzt er sich nach der Mahlzeit vom Almosengang zurückgekehrt mit gekreuzten Beinen nieder, mit gerade aufgerichtetem Oberkörper und pflegt die ernste Sammlung seines Inneren, das auch im Antlitz deren Ernst sich spiegelt. Er unterdrückt die Liebe zur Welt und hält sein Herz dauernd frei von ihr, er läutert sein Inneres, daß es ihr nicht anheim fällt. Er tut von sich ab Böswilligkeit und Lust zu Schaden und verschließt ihnen fort an sein Herz. Nur bewegt von der Sorge um aller Kreaturen Wohlsein läutert er sein Inneres, daß Bosheit und Schadenfreude ihm fernerhin fremd bleiben. Trägheit und Schlaffheit legt er ab und hält sie hinfort von sich fern, lichten Geistes. Besonnen und vollbewusst läutert er sein Inneres von Trägheit und Schlaffheit. Übertriebene Ängstlichkeit und Unruhe überwindet er, ist innerlich ruhig und abgeklärt und läutert sein Inneres, daß übertriebene Ängstlichkeit und Unruhe keine Gewalt wieder über ihn gewinnen. Von Zweifeln hat er sich frei gemacht und ist fortan über sie hinaus, er kennt kein Schwanken des Urteils gegenüber dem Guten, er läutert sein Inneres so weit, daß es der Skepsis nicht wieder anheim fällt. Dann wieder erreicht er Biku, indem er allem Denken und Erwegen ein Ende macht, die von Denken und Erwägen freie, Glück- und freudenreiche zweite Stufe der Versenkung, die Frieden im Inneren und Erhebung und Zusammenschluss des Geistes bringt und durch Konzentration gewonnen wird und hält sie fest. Er tränkt diesen seinen leiblichen Körper mit der Freude und dem Glück, die aus der Konzentration erwachsen. Es verhält sich damit wie mit einem Teiche, der von einer Quelle in ihm selbst gespeist wird, von außen aber keinen Zufluß hat, weder auf der Ost noch auf der West, Nord- oder Südseite und in denen es auch nicht von Zeit zu Zeit einmal regnet. Diesen Teich speist er in ihm selbst quellende kühle Wasserstrom mit kühlem Wasser, durchströmt, füllt und umflutet ihn ganz damit, so daß kein einziges Winkelchen des Teiches vom kühlen Wasser undurchdrungen bleibt. Gerade so tränkt ein solcher Biko diesen seinen leiblichen Körper. Dann wieder erreicht der Biko, indem er sich von der Freude läutert, in Gleichmut dahin lebt, ernst, besonnen und vollbewusst und körperlich Glück empfindet, die dritte Stufe der Versenkung, welche die Auserwählten meinen, wenn sie sagen, gleichmütig, ernst, besonnen und beglückt. Und hält sie fest. Er tränkt diesen seinen leiblichen Körper mit dem Glück, das jenseits von Freude ist. Dann wieder erreicht der Biko die vierte Stufe der Versenkung, wo nach dem Freiwerden von Glück sowohl als Leid, nach dem Einschlafen der früher vorhandenen Empfindung für Glück und Leid, Leid und Glücklosigkeit herrscht. Und wo er geläutert ist durch Gleichmut und ernste Besinnung und hält sie fest. Er sitzt da, diesen seinen leiblichen Körper mit Geistesläuterung und Helle durchdringend, dass nicht das kleinste Winkelchen desselben von ihr undurchdrungen bleibt. Wie wenn jemand vom Kopf bis zu den Füßen weiß gekleidet da sitzt, sodass keine einzige Stelle seines ganzen Körpers nicht weiß umhüllt ist, gerade so sitzt ein solcher Biko da, diesen seinen leiblichen Körper mit Geistesläuterung und Helle durchdringend, dass nicht das kleinste Winkelchen desselben von ihr undurchdrungen bleibt. Wenn jenes Biko-Geist so konzentriert, geläutert, hell, vom Dunstkreis des Irdischen frei, fleckenlos, empfänglich, geschickt, stetig und unerschütterlich geworden ist, wendet er ihn hin und richtet ihn auf das erkennende Schauen. Und so erkennt er, dieser mein gestalthafter Körper ist aus den vier Elementen zusammengesetzt, von Vater und Mutter gezeugt, aufgebaut aus genossenem Reißbrei und saurem Reißschleim, vergänglich, der Vernichtung, der Aufreibung, dem Zerfall und Untergang geweiht, und doch befindet sich in ihm mein Bewusstsein, und ist an ihn gebunden. Es verhält sich damit wie mit einem schönen, hervorragend, wertvollen, achtkantigen, vortrefflich geschliffenen, reinen, funkelnden, makellosen, mit allen Kennzeichen der Güte versehenen Edelsteine, durch den ein dunkelblauer, dunkelgelber, roter, weißer oder hellgelber Faden gezogen ist. Wenn den ein Mann in die Hand nimmt, der nicht blind ist, betrachtet er ihn und spricht vielleicht, dieser Edelstein ist schön. Gerade so ist es mit dem Biko, der, wenn sein Geist so konzentriert, geläutert, hell, vom Dunstkreis des Irdischen frei, fleckenlos, empfänglich, geschickt, stetig und unerschütterlich geworden ist, ihn auf das erkennende Schauen hinwendet und richtet. Er erkennt, dieser mein gestalthafter Körper ist aus den vier Grundelementen zusammengesetzt und in ihm steckt mein Bewusstsein und ist an ihn gebunden. Wenn jenes Biko-Geist so konzentriert, geläutert, hell, vom Dunstkreis des Irdischen frei, fleckenlos, empfänglich, geschickt, stetig und unerschütterlich geworden ist, dann wendet er ihn hin und richtet ihn auf die Hervorbringung eines aus Geist bestehenden Körpers. Und so ruft er aus diesem leiblichen Körper einen anderen gestalthaften, aber aus Geist bestehenden Körper, mit allen Haupt- und Nebenorganen und Vermögen versehenen hervor. Es ist, wie wenn jemand einen Munja-Grashalm aus seiner Blattscheide herauszieht und dabei denkt, dies ist eine Blattscheide des Munja-Grases, dies ist der Halm, Blattscheide und Halm ist zweierlei, aber der Halm ist aus der Blattscheide herausgezogen. Oder, wie wenn jemand ein Schwert aus der Scheide herauszieht und dabei denkt, dies ist das Schwert, dies die Scheide, Schwert und Scheide ist zweierlei, aber das Schwert ist aus der Scheide herausgezogen. Oder, wie wenn jemand eine Schlange aus ihrem alten Balge herausnimmt und dabei denkt, dies ist eine Schlange und dies ihr Balg, Schlange und Balg ist zweierlei, aber die Schlange ist aus dem Balg herausgezogen. Gerade so richtet und fixiert ein Biku, wenn sein Geist so konzentriert ist, denselben auf die Hervorbringung eines aus Geist bestehenden Körpers und ruft aus diesem leiblichen Körper einen anderen, gestalthaften, aber aus Geist bestehenden, mit allen Haupt- und Nebenorganen und Vermögen versehenen hervor. Wenn jenes Biku-Geist so konzentriert ist, wendet er ihn hin und richtet ihn auf die verschiedenen übernatürlichen Kräfte der Heiligkeit. Er übt von ihnen bald eine, bald die andere aus. Aus der einen Person, die er ist, wird er zu einer Vielheit, aus der Vielheit wieder zu einer einzigen Person. Bald lässt er sich sehen, bald verschwindet er, ungehemmt geht er durch Wände, Welle, Berge, als wären sie leere Luft. Er taucht in die Erde und wieder heraus, als wären sie Wasser, und auf dem Wasser wandelt er, ohne einzusinken, wie auf dem Erdboden. Er schwebt auf gekreuzten Beinen, sitzend durch die Luft, wie der beschwingte Vogel, jene beiden so mächtigen und gewaltigen Himmelskörper, Mond und Sonne, faßt er mit der Hand und streichelt sie, und in körperlicher Gestalt vermag er, bis in die Welt Brachmas zu gelangen. Wenn jenes Biko-Geist so konzentriert ist, so wendet er ihn hin und richtet ihn auf die Erkenntnis davon, wie die falsche, weltliche Daseins Auffassung zu beseitigen ist. Er erkennt der Wahrheit gemäß, dies ist das Leiden, dies ist der Ursprung des Leidens, dies des Leidens Ende, dies der Pfad, der zu des Leidens Ende führt. Und er erkennt der Wahrheit gemäß, das ist die falsche weltliche Daseins Auffassung, das der Ursprung derselben, das ihre Beseitigung und das der Pfad, der zu ihrer Beseitigung führt. Und indem er das sieht und erkennt, wird sein Geist erlöst von der weltlichen Schwäche des Begehrens, der weltlichen Schwäche des Seins und derjenigen des Nichtwissens. Dem so Erlösten kommt die Erkenntnis, die Erlösung ist eingetreten. Er erkennt, aufgehoben ist alles Werden, vorbei ist es mit der Notwendigkeit des heiligen Wandels, gelöst die Aufgabe, eine Wiederkehr gibt es nicht. Das Ambata ist also das rechte Wissen. Ambata Ein solcher Biko heißt ein Vollbesitzer des Wissens, ein Vollbesitzer des Weges, ein Vollbesitzer des Wissens und des Weges und einen anderen, höheren oder erhabeneren Vollbesitzer des Wissens und Weges gibt es nicht. Was meinst du Ambata? Darf man dich ansehen als einen, der dank dem Unterricht seines Lehrers im höchsten Besitz dieses rechten Wissens und Weges ist? Mitnichten, verehrter Guthama, was bin ich mit allem von meinem Lehrer überkommenen Wissen gegenüber dem höchsten Besitz des rechten Wissens und Weges? Verehrter Guthama, wie weit bin ich mit ihm davon entfernt? Und wie denkst du Ambata über folgenden Fall? Stelle dir vor, Pasenadi, der König von Kosala, hält mit den Großen oder den Prinzen über irgendetwas eine Beratung, während er auf dem Nacken seines Elefanten oder auf seinem Pferde sitzt oder dem Fußpolster seines Wagens steht. Dann reitet oder fährt er weiter und hält an anderer Stelle. Da kommt ein Schudra oder der Sklave eines Schudra stellt sich auf dieselbe Stelle auf der vorher der König hielt ahmt dessen Art Beratung abzuhalten nach und bildet sich ein ganz ebenso sprach auch Pasenadi der König von Kosala Sagt er nun wirklich dasselbe wie der König und hält er wirklich dieselbe Beratung ab und wird er schon dadurch zum König selbst oder zu seines gleichen Natürlich nicht verehrter Guthammer Gerade so verhält es sich aber auch mit dir Ambatta Wenn nämlich die Brahmanen von heute die vedischen Lieder die die brahmanischen Seher der Vorzeit geschaffen und verkündet haben in derselben Art wie diese sie gesungen haben wieder singen und nur sprechen und lehren was vor ihnen gesprochen und gelehrt worden ist so darfst du dir nicht einbilden dadurch dass du diese Lieder in der Form in der dein Lehrer sie dir überliefert hat auswendig weißt zu einem solchen Seher zu werden oder den Weg zu betreten einer zu werden was glaubst du Ambatta aus den Gesprächen älterer und alter waren wohl jene Seher der Brahmanen die vor Zeiten die vedischen Lieder dichteten und verkündeten ebenso sorgsam gebadet gesalbt an Haupt und Bart frisiert mit Kränzen und Edelsteinschmuck angetan mit weißen Kleidern herausgeputzt und pflegten ihren Leib im Besitz und Genuss gerade so wie in der Gegenwart unter der Anleitung deines Lehrers du es tust nein verehrter Guthammer aßen sie wohl ihren Reisbrei so sorgfältig gesäubert von allen schwarzen Körnern und mit so vielerlei Soßen und Curry wie in der Gegenwart unter der Leitung deines Lehrers du nein verehrter Guthammer ließen sie sich etwa von Mädchen bedienen die den Saum ihrer Hülle an den Hüften trugen wie in der Gegenwart unter der Leitung deines Lehrers du es tust nein verehrter Guthammer fuhren sie etwa mit Wagen herum deren Stutengespanne Mähne und Schweife zierlich geflochten trugen und trieben mit langen Treibstöcken die Pferde an so wie heutigen Tages unter der Leitung deines Lehrers du es tust nein verehrter Guthammer ließen sie sich etwa in befestigten Städten mit Wallgräben und balkenverriegelten Toren von Männern die lange Schwerter im Gürtel trugen bewachen so wie heutigen Tages samt deinem Lehrer du es tust nein schon ein frommer Seher noch auf dem Wege es zu werden wem aber an mir etwas zweifelhaft oder bedenklich erscheint der soll mich nur fragen ich werde antworten und Klarheit schaffen darauf schritt der erhabene aus seiner Wohnung hinaus und betrat den Wandelgang der junge Ambatar folgte ihm und wie nun der Erhabene auf und ab wandelte schritt er hinter ihm her und forschte an des erhabenen Körper nach den 32 Kennzeichen des Großen er entdeckte sie auch fast alle nur zwei nicht über diese zwei versteckt seien seines Gliedes in einer Körper höhlung und übermäßige Länge der Zunge blieb er in Zweifel Bedenken und Unklarheit er kam über sie nicht ins Reine der Erhabene dachte im Stillen dieser junge Ambata hat die 32 Kennzeichen des Großen an mir fast alle richtig entdeckt nur zwei noch nicht über diese ist er in Zweifel Bedenken und Unklarheit er kommt über sie nicht ins Reine da rief er mit seinen magischen Kräften einen Gesichtseindruck hervor mittels dessen der junge Ambata das Glied des Erhabenen in einer Körperhöhlung versteckt zu sehen glaubte und die Zunge streckte der Erhabene vor und berührte und beleckte damit beide Öffnungen der Ohren und der Nase und bedeckte auch die ganze Wölbung der Stirn mit ihr Da dachte der Junge Ambata bei sich Der Samana Gotama hat wirklich die 32 Kennzeichen des Großen vollzählig und lückenlos Zum Erhabenen aber sprach er Wohlan verehrter Gotama jetzt wollen wir gehen wir haben noch viel zu besorgen und zu erledigen Ambata tue was du nun für angebracht hältst Da bestieg der junge Ambata den stuten bespannten Wagen und fuhr davon Um dieselbe Zeit war der Bramane Pokharasati aus Ukkata herausgekommen saß mit einer großen Schar von Brahmanen in seinem Parke und erwartete den jungen Ambata zurück Da langte dieser vor seinem Parke an Soweit der Weg fahrbar war fuhr er Dann stieg er ab und ging zu Fuße bis zu der Stelle wo jener saß Er grüßte den da fragte ihn der Brahmane Pokharasati Lieber Ambata hast du den Herrn Gotama zu sehen bekommen Ja ehrwürdiger wir sahen den Herrn Gotama Steht es lieber Ambata tatsächlich so mit dem Herrn Gotama wie die mehr von ihm berichtet so und nicht anders ist er wirklich so einzigartig wie man ihn rühmt und nicht anders ehrwürdiger es verhält sich tatsächlich so mit jenem Herrn Gotama wie die mehr von ihm meldet und nicht anders er ist ganz so wie man ihn rühmt und nicht anders und er hat die 32 kennzeichen des großen vollzählig und lückenlos aber hast du lieber Ambata dich mit dem Samana Gotama denn auch ein wenig unterhalten ja Herr ich habe mich ein wenig mit ihm unterhalten lieber Ambata was hast du denn wohl mit ihm besprochen da erzählte der junge Ambata das ganze gespräch das er mit dem erhabenen gehabt hatte dem brahmanen pokharasati als er mit dem berichte zu ende war da sprach der brahmane pokharasati zu ihm er seht doch unser kluges gelehrtes in allen weden bewandertes männchen wer für sein heil auf einen solchen helfer angewiesen ist der kann sich nach seinem körperlichen Ende dem Tode auf unannehmlichkeiten pein und not in der hölle gefasst machen Ambata wenn du mit solchen redens arten dem herrn gotham zu nahe trat ist ist es nicht verwunderlich dass auch er über uns ein offenes wort redete oh dieses kluge gelehrte in allen weden bewanderte männchen wer für sein heil auf solchen helfer angewiesen ist der kann sich nach seinem körperlichen ende dem tode auf unannehmlichkeiten pein und not in der hölle gefasst machen und aufgebracht und wütend wie er war gab er dem jungen ambata einen fußtritt das er ein stück fort flog und beschloss auf der stelle selbst den erhabenen aufzusuchen da rieten die brahmanen dem brahmanen pokharasati davon ab es ist ja jetzt viel zu spät den samana gotama noch zu besuchen morgen früh kann ja herr pokharasati zu ihm gehen aber der brahmane pokharasati ließ bei sich zu hause erlesene speisen feste und flüssige zubereiten und auf den wagen packen und unter fackelbeleuchtung fuhr er los soweit der weg fahrbar war fuhr er dann stieg er ab und ging zu fuße zum erhabenen als er ihn erreicht hatte tauschte er mit dem erhabenen die üblichen freundlichen begrüßungen und höflichen fragen nach befinden und setzte sich dann etwas abseits von ihm nieder von seinem sitze aus fragte er dann den erhabenen verehrter gothamer war unser schüler der junge ambatta hier ja brahmane er war hier führtest du verehrter gothamer ein gespräch mit ihm ja brahmane ich unterhielt mich ein wenig mit ihm was war denn der inhalt dieses gespräches verehrter gothamer da erzählte der erhabene das ganze gespräch das er mit dem jungen ambatta gehabt hatte dem brahmanen pokharasati als er fertig war sprach dieser zu ihm verehrter gothamer ambatta ist ein dummer junge er gothamer wolle ihm verzeihen ich wünsche ihm alles gute brahmane nun forschte der brahmane pokharasati am körper des erhabenen nach den 32 kennzeichen des großen und fand auch fast alle nur jene zwei nicht über die zwei blieb er in zweifel bedenken und unklarheit er kam darüber nicht ins reine das versteckt sein des gliedes in einer körper höhlung und die übermäßige länge der zunge der erhabene dachte im stillen dieser brahmane pokharasati hat die 32 kennzeichen des großen fast alle an mir entdeckt nur die zwei nicht über diese zwei ist er in zweifel bedenken und unklarheit er kommt über sie nicht ins reine da rief er mit seinen magischen kräften einen gesichtseindruck hervor mittels dessen der brahmane pokharasati das glied des erhabenen in einer körper höhlung versteckt zu sehen glaubte dann streckte der erhabene die zunge vor berührte und belegte beide öffnungen der ohren und der nase und bedeckte auch die ganze wölbung der stirn mit ihr da dachte der brahmane pokharasati bei sich der samana gotama hat wirklich alle die 32 kennzeichen des großen vollständig und lückenlos zum erhabenen aber sprach er wolle Herr gotama doch samt seiner bhikkushar mein Gast sein durch schweigen gab der erhabene seine zustimmung zu erkennen als der brahmane pokharasati der zustimmung des erhabenen sicher war sagte er ihm dass sofort gegessen werden könne mit den worten es ist soweit verehrter gotama das mal steht bereit dann nahm der erhabene nachdem er sich angekleidet hatte auch almosen schale und ober gewand machte sich mit seiner biku schar auf den weg nach pokharasatis hause und setzte sich dort angekommen auf den sitz der für ihn bereit war dann tat der brahmane pokharasati mit eigener hand dem erhabenen erlesene feste sowohl wie weiche speise auf und regte zum essen an bis er satt war und seine schüler versorgten ebenso die bikushar und als der erhabene fertig gegessen und almosen schale und hände gewaschen hatte nahm der brahmane pokharasati einen niedrigen sitz und setzte sich etwas abseits von ihm nieder nachdem er platz genommen begann der erhabene die schrittweise vorgehende belehrung er predigte erst freigebigkeit sittliche zucht und das trachten nach dem himmel wies dann das leidvolle verächtlich eitle und befleckende der irdischen lust nach und zeigte dass heil als der erhabene erkannte dass der brahmane pokharasati im geiste vorbereitet empfänglich der hemmnisse ledig freudig und dem glauben zugeneigt sei da predigte er ihm die lehre die der buddhas besonderes eigentum ist vom leiden von der entstehung des leidens vom ende des leidens und vom wege der zur beendigung des leidens führt wie nur reines schmutzfreies zeug so war es mit dem brahmanen pokharasati noch während er so saß tat sich ihm das reine ungetrübte auge der wahrheit auf alles was entsteht muss notwendig wieder vergehen als der brahmane pokharasati so die wahrheit geschaut gewonnen erkannt und mit seinem geiste durchdrungen die zweifel überwunden die skrupel abgetan festes vertrauen gewonnen hatte und zudem gefühle durchgedrungen war dass er zum verständnis von des meisters lehre keine anderen hilfe mehr bedürfe sprach er zum erhabenen vortrefflich verehrter gothama ganz vortrefflich verehrter gothama wie wenn verehrter gothama jemand etwas umgestürztes aufrichtet etwas verschleiertes enthüllt einem verirrten den weg weist oder eine öllampe bringt wenn es dunkel ist damit die die augen haben die dinge überhaupt sehen können gerade so hat der verehrte auf allerlei weise die lehre verkündet mit weib und kind gesinde und anhang nehme 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 ich meine zuflucht zu dem erhabenen seiner lehre und seiner biku gemeinde als laien gläubigen der heute für sein ganzes leben seine zuflucht zu ihm genommen hat möge der verehrte gothama mich gelten lassen wie her gothama in ukatar die häuser anderer laien gläubigen besucht so wolle her gothama auch in das haus des pokaras sati eintreten wenn in diesem die jungen und mädchen den erhabenen gothama einmal ehrfurchtsvoll begrüßen vor ihm von den sitzen aufstehen einen sitz oder wasser werden anbieten und ihr herz gläubig ihm werden zuwenden können so wird ihnen das auf lange zu heil und segen gereichen schön brahmane anbieten Untertitelung des ZDF, 2020